Ein schönen guten Abend hier von der 2nd Route in Pattaya. Hier befinde ich mich an der Pattaya Avenue. In der Höhe der Soy 13. Ein kurzer Blick hier an die Soy 13. Richtung Bietwood. infants und so mitten sind schön hoch. An King 6000 auf jedem Schnitt. Max 16. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.